Herzlich willkommen zum zweiten Teil im Bereich der Bauakustik des Schaltschutzes. Wir haben über die Grundlagen gesprochen und bevor wir wirklich an die Berechnung gehen können müssen wir natürlich die Anforderungen festlegen. Und wie wir gleich sehen werden ist das im Bereich der Bauakustik des Schaltschutzes nicht ganz so trivial. Warum, wieso, weshalb, das werden wir uns gleich anschauen. Generell ist es so, dass die Nachweisführung so erfolgt, dass wir, naja, wir haben erforderliche Schalldämmmaße. Das ist das Kapitel oder das Thema dieser Präsentation. Das heißt, wir legen fest in oder auf Basis verschiedener Dokumente, was das erforderliche Bauschalldämmmaß zum Beispiel im Bereich des Luftschaltschutzes ist. Und dann müssen wir in einem nächsten Schritt ein Schalldämmmaß, ein Bauschalldämmmaß berechnen, zum Beispiel von einer Trennwand und müssen von dem berechneten Bauschalldämmmaß nochmal einen Sicherheitswert, einen Prognoseunsicherheitswert abziehen. Das sind zwei Dezibel zum Beispiel im Bereich des Luftschaltschutzes. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal wissen, was müssen wir erreichen. Dann müssen wir eigentlich da noch zwei Dezibel obendrauf packen und das definiert das, was wir uns berechnen müssen. So, dann werden wir sehen, da werden wir aber auch dann bei den Berechnungen nochmal drauf kommen, dass wir ja Werte berechnen. Da wird sich immer wieder die Frage stellen, wie viele Nachkommastellen müssen wir da mitnehmen und wie viele nicht. Wie müssen wir runden? Und das ist in der DIN 4109 Teil 2 jetzt geregelt, eindeutig geregelt, dass nämlich die ganzen Berechnungen des Bauschalldämmmaßes oder auch des Normtrittschallpegels mit einer Genauigkeit von ein Zehntel Dezibel, also einer Nachkommastelle ermittelt werden müssen und wir dann entsprechend runden können. Und da die Anforderung, die wir eben gesehen haben, größer gleich heißt, betrifft das letzten Endes ja den gesamten Wert. Das heißt, wenn wir als erforderliches Bauschalldämmmaß 53 Dezibel zum Beispiel übertreffen müssen oder mindestens erreichen müssen, dann dürfen wir eben nicht von 52,9 aufrunden auf 53, sondern wir müssen mit dieser einen Nachkommastelle dann mindestens 53 Dezibel in dem Beispiel erreichen. So, das ist hier nochmal beschrieben, bezogen auf die 53 dB. Das können Sie sich anschauen. Das ist dann einheitlich vorgegeben. So, jetzt kommen wir zu dem, ja, Kerngedanken oder zu der Besonderheit vielleicht im Schallschutz und zwar die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Das öffentliche Recht, ja, das wird definiert oder festgelegt oder beschreibt die Anforderungen in dem Verhältnis zwischen dem öffentlichen Gemeinwesen und dem Bürger. Das heißt, für das Bauen gilt dann da das öffentliche Baurecht und das wiederum wird konkretisiert in den Landesbauordnungen, in dem Bauordnungsrecht und was da drin steht, das werden wir gleich sehen. Da sind gewisse Dinge bezogen auf Schallschutz geregelt, andere sind nicht geregelt und vor allem ist es interessant, dass die Anforderungen, die dort zu finden sind, vielleicht nicht ausreichen, um ihre privaten Ansprüche an den Schallschutz zu erfüllen. Das werden wir uns dann anschauen. Also es gibt das öffentliche Baurecht, wenn da was geregelt ist, dann gilt das auf jeden Fall als Mindestanforderung. Ich darf das nicht unterschreiten. Und im Unterschied dazu kann ich natürlich privat regeln, was ich möchte, sofern es die Mindestanforderungen übertrifft. Und was da geregelt ist, das sind jetzt keine konkreten Schallschutzanforderungen im bürgerlichen Gesetzbuch, sondern das ist quasi geregelt oder definiert über den sogenannten Mangelbegriff, § 633 BGB. Und da gibt es quasi drei Stufen. Einmal gilt natürlich die bestellte, das heißt vereinbarte Beschaffenheit von etwas. Also wenn Sie ein rosa Auto bestellen, dann muss das Auto rosa sein. Beim Schallschutz wird das nicht ganz so einfach sein, das werden wir gleich sehen. Wenn ich jetzt nichts vereinbart habe, gilt trotzdem etwas. Und zwar die Eignung für die vertraglich vorausgesetzte gewöhnliche Verwendung. Das wird ein ganz spannender Punkt werden im Bauwesen auf Schallschutz bezogen. Nicht nur auf Schallschutz, aber auch auf Schallschutz. Und wenn diese gewöhnliche, vertraglich vorausgesetzte gewöhnliche Verwendung nicht zu finden ist bei einem Projekt, dann gilt die Definition, dass es für die gewöhnliche Verwendung geeignet und die übliche Beschaffenheit aufweisen muss. Im Schallschutz werden wir uns aber hauptsächlich mit dem mittleren Punkt, mit dem zweiten Punkt beschäftigen. Und die konkrete Definition, die findet sich dann in den sogenannten anerkannten Regeln der Technik, die ich dann auch einhalten muss. Und wir werden beim Schallschutz sehen, dass das eben sehr spannend wird, vor allem bei Wohngebäuden sehr spannend wird, weil diese privatrechtlichen Anforderungen, selbst wenn sie nicht explizit vereinbart worden sind, in der Regel über das hinausgehen, was in den Landesbauordnungen zum Beispiel als Mindestschallschutz beschrieben worden ist. Schauen wir uns jetzt erst aber mal die Mindestanforderungen im öffentlichen Recht an. Das Ganze findet sich, wie gesagt, in den Landesbauordnungen, beziehungsweise nicht direkt darin, sondern in den sogenannten technischen Baubestimmungen, die die Landesbauordnung konkretisieren. Da gibt es die hier sechs genannten Punkte, also Standsicherheit, Brandschutz, Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz, Sicherheit, Barrierefreiheit, Schallschutz und Wärmeschutz. Und in diesem Teil 5 des Schallschutzes gibt es konkretisierende Regelungen und vor allem für uns wichtig dann der konkrete Bezug auf die DIN 4109 Teil 1 aus dem Jahr 2018. Da stehen dann die Anforderungen im Einzelnen drin für die konkreten Bauteile. Das schauen wir uns gleich an. Darüber hinaus finden sich noch in den technischen Baubestimmungen Konkretisierungen zu einzelnen Punkten dieser dieser DIN. Auf die werden wir später zu sprechen kommen. Heute reden wir erstmal über die 4109. Was regelt die 4109? Das ist immer wichtig in der DIN oder auch in der VDI-Richtlinie oder in dem Gesetz. Immer der erste Punkt Anwendungsbereich, Geltungsbereich. Für was gilt die Norm, für was gilt sie nicht? Und die 4109 gilt eben zum Schutz gegen Geräusche aus fremden Räumen, das heißt Nachbarwohnungen, die bei deren bestimmungsgemäßer Nutzung entstehen. Die Norm gilt zum Schutz gegen Geräusche von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstungen sowie aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die im selben oder in baulich damit verbundenen Gebäuden vorhanden sind. Das sind zum Beispiel Abwasseranlagen, Aufzugs-, Maschinenräume und dergleichen. Und die Norm gilt zum Schutz gegen Außenlärm, zum Beispiel Verkehrslärm, Lärm aus Gewerbe- und Industriegebieten, die nicht mit dem Aufenthaltsraum baulich verbunden sind, die also von außen einwirken. Und genauso wichtig wie den Geltungsbereich gilt diese Norm nicht für oder zum Schutz von Aufenthaltsräumen, die infolge ihrer Nutzung nahezu ständig Geräusche mit 40 dB aufweisen. Das können Betriebsstätten zum Beispiel sein. Oder die Norm gilt auch nicht gegen Fluglärm, da gibt es ein eigenes Fluglärmschutzgesetz. Die Norm gilt nicht gegen Tieffrequenten, Schall. Das ist nochmal separat geregelt. Die Norm gilt nicht und das ist wichtig für uns, für den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich. Ausgenommen ist der Schutz gegen Geräusche von Anlagen der Raumlufttechnik, die vom Nutzer nicht beeinflusst werden kann. Das heißt, die Norm 4109, also die Bauordnungsbehörde, interessiert sich nicht für die Trennwand zwischen ihrem Wohnzimmer und ihrem Schlafzimmer. Da müssen sie gar keine Wand hinbauen. Das kann alles offen sein. Sondern die Norm, der Gesetzgeber interessiert sich nur für die Wohnungstrennwand. Das sehen wir aber gleich. Die Frage ist jetzt natürlich, ob in einer Luxuswohnung ich gar keine Anforderung tatsächlich an diese Schlafzimmerwand zum Wohnzimmer habe oder ob ich nicht doch irgendwas erwarte von dieser Wand aus Schallschutzgesichtspunkten. Gucken wir weiter. Die Norm gilt ebenfalls nicht. Zum Schutz vor Trittschallübertragung und Geräuschen aus gebäudetechnischen Anlagen in Küchen, sofern diese nicht als Aufenthaltsräume vorgesehen sind, also Gewerbeküchen, beziehungsweise Küchen in Wohngebäuden, wenn es reine Kochküchen sind. Die Norm gilt nicht für Flure, Bäder, Toilettenräume und Nebenräume. Also die Norm gilt, könnte man auch sagen, für alle Aufenthaltsräume. Dann der letzte Punkt. Die Norm gilt nicht zum Schutz vor Luftschallübertragung in Küchen, Flure, Bäder, Toilettenräume und Nebenräume, sofern diese nicht als Aufenthaltsräume vorgesehen sind. Eine Absenkung der schalltechnischen Qualität der schallübertragenen Trennbauteile im Bereich dieser Räume im Vergleich zum bemessungsrelevanten Raum ist jedoch nicht zulässig. Also so einerseits gilt nicht, dann gilt es aber doch wieder. Wir werden das ja am Projekt konkretisieren. So, was sind die zentralen Anforderungsgrößen? Auch das ist jetzt, kam es schon mal vor im letzten Kapitel, das heißt die Anforderungsgröße für Wände ist zum Beispiel das Bauschalldämmmaß R-W, für Decken ist es genauso das Bauschalldämmmaß und aber auch der Norm-Trittschallpegel, für Treppen dementsprechend nur der Trittschallschutz, für Türen das Schalldämmmaß der Tür alleine, also nur über die Tür, da ist kein Strichelchen dabei. Wichtig sind auch immer die Fußnoten, zum Beispiel bei Türen haben wir die Fußnote C, das heißt da gilt ein Sicherheitsbeiwert von 5 Dezibel. Bei gebäudetechnischen Anlagen gelten andere Schutzgrößen oder Bewertungsgrößen, da kommen wir dann aber später nochmal zu. Jetzt gibt es ein paar Konkretisierungen in Ihren Unterlagen, das können Sie selber lesen. Wichtig ist hier vor allem der Punkt Trittschallschutz. Trittschallmindernde leicht austauschbare Bodenbeläge, also Teppichböden zum Beispiel, dürfen beim Nachweis im Wohnungsbau nicht angerechnet werden. Also wenn Sie ein Mehrfamilienhaus planen, was ja Ihre Projektaufgabe sein wird, dürfen Sie einen weichfedernden Bodenbelag nicht zum Nachweis des Trittschallschutzes heranziehen. Warum? Naja, der Eigentümer und Mieter soll ja in der Lage sein, den Bodenbelag selbst zu wählen oder auch auszutauschen. Bei Bürogebäuden darf ich das, dann darf ich einen weichfedernen Bodenbelag ansetzen. Also was sind jetzt ganz konkret gesprochen die Anforderungen an die Luftschalldämmung? Das finden wir in der 4109 und das Ganze ist dann sortiert in Tabellen. Das heißt, je nach Nutzung der Räumlichkeiten oder des Gebäudes schaue ich in einer dieser Tabellen nach. Das heißt zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden oder gemischt genutzten Gebäuden ist das Ganze dann in Tabelle 2 zu finden. Wenn wir jetzt eine Schule bauen würden oder eine Hochschule, dann wäre es die Tabelle 6 als Beispiel. Und da finden sich dann diese Tabellen. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Die ganze Tabelle finden Sie in der Norm oder auch im Tabellenbuch natürlich. Und das ist dann sortiert entsprechend nach Bauteilen. Also als erstes die Decken und dann ist es nochmal beschrieben hier zum Beispiel Wohnungstrenndecken, Anforderungswert, Luftschallschutz, Bauschalldämmmaß größer gleich 54 Dezibel. Auf den Drittschallschutz kommen wir noch zu sprechen. Nochmal als Bemerkung, Wohnungstrenndecke. Was ist das überhaupt? Sind Bauteile, die Wohnungen voneinander oder von fremden Arbeitsräumen trennen? Das ist irgendwie auch selbsterklärend. Über den Drittschallschutz, wie gesagt, sprechen wir noch. So, was gibt es noch? Also das waren jetzt die Anforderungen an den Luft- und Drittschallschutz. Dann finden wir in der 4109 auch die Anforderungen zum Schutz gegen Außenlärm. Das Verfahren ist etwas aufwendiger. Da stehen nämlich nicht jetzt direkt schon Anforderungswerte drin, sondern die Werte des erforderlichen Bauschalldämmmaßes muss ich erstmal herleiten. Warum ist das so? Naja, das, was mein Gebäude nach außen hin akustisch trennen muss, hängt ja davon ab, wie laut es draußen ist. Wenn Sie ein Mehrfamilienhaus irgendwo im Wald bauen, wo kein Außenlärm vorhanden ist, dann muss die Fassade auch nichts können. Wenn Ihr Gebäude aber an der B9 steht und da eben eine vierspurige Straße vorbeiführt, dann muss der Schutz gegen Außenlärm schon relativ hoch sein. Also es hängt davon ab, wie laut es draußen ist. Wie man das berechnet, das schauen wir uns jetzt gleich an. So, wozu oder welche Bauteile werden danach bemessen? Die Anforderungen an das bewertete gesamte Luftschalldämmmaß erforderlich R'W nach 4109 gilt für Fassaden, für Dächer von ausgebauten Dachräumen und für Decken von Aufenthaltsräumen, die gleichzeitig den oberen Gebäudeabschluss bilden. Das gilt natürlich genauso für Decken nach unten, also im Prinzip für alle Außenbauteile eines Raumes. Das Besondere ist, dass ich jetzt quasi vom Raum aus gesehen alle Bauteile berechnen muss, beziehungsweise alle Bauteile mir anschauen muss, die den Raum nach außen hin abgrenzen. Wir werden da Beispiele zu rechnen. Schauen wir uns mal so ein Beispiel an, so ein erfundenes Beispiel. Das gibt es nicht wirklich. Was sehen Sie hier? Oben sehen Sie zum Beispiel die B9, nach Koblenz reinkommend von Bonn. Also hier kommt man von Bonn und fährt hier nach Koblenz rein. Dann finden Sie auf der rechten Seite eine Tankstelle, dahinter das Schnellrestaurant McDonalds. Und wenn Sie da mal hingucken, dann sehen Sie hier Wohngebäude. Da stehen ein Wohngebäude. Und die haben einen gewissen Abstand zur Straße, zur B9 von ungefähr 95 Metern. Die Gebäude stehen in einem Mischgebiet. Was das ist, das wissen Sie ja seit dem ersten Semester, seit Bauentwurf. Und jetzt hängt es davon ab, wie viele Fahrzeuge fahren täglich über diese Straße. Das ist der sogenannte DTV-Wert. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke. Die beträgt an dieser Stelle 84.000 Kraftfahrzeuge pro Tag. Das kriege ich aus einer Verkehrszählung. Im Internet finden Sie das entsprechend. Wie hier zum Beispiel finden Sie das ungefähr in die eine Richtung, in die andere Richtung. Also in die eine 44 ungefähr, in die andere 40 ungefähr. Das heißt, da haben wir dann die 84 in Summe. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Stelle beträgt 70 kmh. Klar, je langsamer die Autos fahren, desto leiser ist es. Und auf der Basis kann ich mir jetzt den erforderlichen Schallschutz, das erforderliche Luftschalldämmmaß der gesamten Fassade berechnen. Das werden wir jetzt machen für einen Beispielraum, den Sie hier sehen, links im Grundriss. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Raum. Das hier ist die Fassade. Geht hier um die Ecke. Und was ich brauche, ist natürlich, sind die Flächen. Und da schaue ich mir an, das, was ich vom Raum sehe, vom Innenraum her sehe. Das heißt, hier an der roten gestrichelten Linie fängt meine Außenwandfläche an. Und das mache ich dann bis hier zu dieser rot gestrichelten Linie. Das ist auf der sicheren Seite. Das ist etwas zu viel Fläche, was ich da ermittle. Aber das liegt auf der sicheren Seite. Dann brauche ich natürlich die Höhe der Wand. Das sehen wir hier im Schnitt. Und da gucke ich mir auch wieder von innen an. Ab Oberkante Estrich bis Unterkante Decke. Das ist dann die Höhe des Bauteils. So, wie funktioniert jetzt die Berechnung des erforderlichen, gesamten oder resultierenden Bauschall der Maß. Erforderlich R-W Gesamt. Also das Gesamtschall der Maß der gesamten Fassade. Wand inklusive Fenster, inklusive Heizkörpernische, inklusive Rollladenkasten, wenn es sowas gibt. Und das funktioniert folgendermaßen. Das heißt, der erforderliche Wert, der berechnet sich aus einem Wert LA. Das ist der maßgebliche Außenlärmpegel. Also wie laut ist es draußen? Abzüglich eines Korrekturwerts für die Raumart. Gucken wir uns gleich an, was das ist. Zuzüglich dann der Prognose Unsicherheit, 2 Dezibel. Und zuzüglich eines Korrekturwerts für die Raumgeometrie. Je größer der Raum ist, desto mehr kann sich der Schall im Raum verteilen, desto weniger muss die Fassade können. Diese Schritte schauen wir uns jetzt Punkt für Punkt an. 1, 2, 3 und die Prognose Unsicherheit, die kennen wir ja schon. Also wie komme ich an den maßgeblichen Außenlärmpegel? Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich aus verschiedenen Lärmquellen, wenn denn die verschiedenen Lärmquellen auch überhaupt vorhanden sind. Das heißt, was gibt es von außen? Wir haben Straßenlärm, Schienenlärm, Luftverkehrslärm, Wasserverkehr, Industrie- und Gewerbelärm. Das kann alles von außen auf unser Gebäude einwirken. Das muss nicht alles gleichzeitig da sein, aber es kann da sein. Und wenn ich mehr als eine Lärmquelle habe, dann muss ich diese Lärmquellen addieren oder die Außenlärmpegel addieren. Wie man Pegel addiert, das sehen wir hier. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Das liegt an der logarithmischen Schreibweise des Pegels, des Schalldruckpegels. Und das mache ich dann, wenn ich mehr als eine Lärmquelle von außen habe. Wir haben eben gesehen, wir haben bestimmte Fahrzeuge. Das wird natürlich auf jeden Fall zu Straßenverkehrslärm führen. Da sich mein Gebäude, ich gehe nochmal zurück, in einem Mischgebiet befindet, das heißt wir haben auch Tankstelle gegenüber, habe ich nicht nur Straßenverkehrslärm, sondern auch Gewerbelärm, Industrie- und Gewerbelärm. Die beiden Lärmarten habe ich jetzt in dem Beispiel auf jeden Fall. Den Straßenverkehrslärm können wir berechnen, das sehen wir gleich. Was mache ich mit dem Industrie- und Gewerbelärm? Und da ist es so, dass wir entweder den Industrie- und Gewerbelärm kennen oder ich nehme quasi das an, was vorhanden sein darf. Also für die Tankstelle gibt es Grenzwerte des Lärms, den diese Tankstelle bei Ihnen auslösen darf. Und wenn ich damit rechne, dann liege ich auf der sicheren Seite. Fangen wir aber erstmal an mit dem Straßen- und Schienenverkehrslärm. Das sehen wir hier. Da gibt es drei Ebenen, nach denen ich das ermittle, aber eine ist die eigentlich praktischste oder die am häufigsten verwendete. Das heißt, bei Straßenverkehrslärm haben wir in der Regel keine Vorgaben über Bebauungspläne, Lärmkarten oder sonstiges, sondern wir müssen das vereinfacht ermitteln auf Basis der Lärm- oder der Verkehrsbelastung. Das machen wir gleich nach der DIN 18005, müssen dann aber, deswegen auch das Ausrufezeichen, auf das Ergebnis nochmal drei Dezibel obendrauf schlagen. Das ist das, was wir gleich machen werden. Oder Sie haben eine Lärmprognose auf Basis der 16. Bundesemissionsschutzverordnung, müssen dann aber auch drei Dezibel obendrauf schlagen. Für Schienenverkehrslärm gilt im Prinzip ja was ähnliches. Deswegen werden wir das jetzt hier nicht thematisieren. Steht da unten, aber die Vorgehensweise ist grundsätzlich analog. Jetzt muss man nochmal eine Besonderheit sagen zum Straßenverkehrslärm. Das ist hier in rot nochmal daneben geschrieben. Das, was wir jetzt gleich machen werden, ich blätter schon mal vor, ist, wir schauen uns das für den Tag, hier ist es, für den Tag links und für die Nacht rechts. Schauen wir uns das mal an. Und jetzt gilt folgendes, wenn die Differenz zwischen Tag und Nacht weniger als 10 Dezibel beträgt, weil die Nacht überproportional laut wäre, dann muss ich den Nachtpegel nehmen und um 10 Dezibel erhöhen. Das ist die Besonderheit, die wir da beachten müssen. Das muss man natürlich üben, das ist klar. Und das machen wir jetzt. So, das heißt, wir haben hier in der DIN 18005 für den Straßenverkehr dieses Nomogramm. Das ist jetzt das Beispiel oder das Nomogramm für den Tagzeitraum. Da finden wir, das habe ich jetzt hier rechts nochmal ein bisschen größer rausgezogen. Auf der X-Achse finden wir dann den DTV-Wert. Dann diese schrägen Linien, das ist der Abstand Straßenachse zum Gebäude. Und dann gehe ich hier auf eine der drei Skalen A, B und C. A, B, C, das ist die Straßengattung. A wären Autobahnen, B wäre zum Beispiel eine Bundesstraße und C wären Städte- und Gemeindestraßen. Und erhalte so dann den entsprechenden Beurteilungspegel. Auf den muss ich dann nochmal drei Dezibel obendrauf schlagen. Das kann ich, wie gesagt, für den Tag links und für die Nacht rechts machen. Ich brauche also einerseits den DTV-Wert. Da hatten wir diese 84.000. Den Abstand hatten wir gegeben, 95 Meter, also ungefähr 100 Meter. Und dann kann ich mir den entsprechenden Beurteilungspegel ablesen. Und das können Sie doch jetzt einfach mal machen. Wie gehe ich jetzt mit dem Gewerbelärm um? Da ist es, wie gesagt, sinnvoll, den entsprechend maximal zulässigen Emissionsrichtwert anzusetzen. Das ist der Grenzwert, den zum Beispiel die Tankstelle verursachen darf. Und das ist das, was bei Ihnen ankommen darf. Weil es kann ja sein, dass da momentan noch kein Gewerbebetrieb ist, aber vielleicht einer hinbauen dürfte. Und der darf dann aber nicht lauter sein als dieser Emissionsrichtwert. Das heißt, es macht Sinn, diesen Emissionsrichtwert zu nehmen, drei Dezibel obendrauf zu schlagen. Das ist die übliche Vorgehensweise. Auch da gilt wieder, wenn nachts Differenz Tag und Nacht weniger als 10 dB sind, muss ich den Nachtwerk Wert nehmen und 10 Dezibel addieren. So, da gibt es eine Tabelle. Die sehen Sie hier in der TA Lärm. Das ist die Vorschrift. Und da kann ich jetzt hier ablesen, welches Gebiet habe ich. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Mischgebiet. Und da gibt es einen Tag- und Nachtwert. 60 Dezibel tagsüber, 45 nachts. Das heißt, der anzusetzende Außenlärmpegel wären die 60 plus die 3. Das wäre dann mein entsprechender Außenlärmpegel für den Gewerbelärm. Hier ist jetzt die Auflösung für den Straßenverkehrslärm. Da kommen wir also tagsüber mit den 84.000 Kraftfahrzeugen dem entsprechenden Abstand auf 70 Dezibel ungefähr. Und nachts kommen wir ungefähr auf 63 dB. Die Differenz ist weniger als 10 dB. Also muss ich mit den 63 plus 10 weiterrechnen. Also 73. So, da sind wir hier. Also, was machen wir jetzt? Wir haben den Straßenlärm. 63 Nachtwert plus 10 dB. Da Tag minus Nacht kleiner 10. Minus 2,5. 2,5. Wo kommen die her? Das wäre jetzt hier eine Abminderung für die zulässige Höchstgeschwindigkeit, weil Bundesstraßen dürfte ich 100 oder gibt es keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Ich habe jetzt aber 70 kmh. Also darf ich 2,5 abziehen. Plus 3 dB als generelle Regel komme ich auf 73,5 dB. Für den Gewerbelärm komme ich auf 60 plus 3, 63 dB. Jetzt muss ich beides addieren. Das funktioniert so über diese logarithmische Schreibweise. Also 10 mal Logarithmus, Klammer auf, 10 hoch 0,1 mal Straßenlärm plus 10 hoch 0,1 mal Gewerbelärm ergibt in Summe 73,9 Dezibel. Und das wäre jetzt mein maßgeblicher Außenlärmpegel. Kommen wir zur Korrektur für die Raumart. Das ist relativ einfach. Also wir haben unterschiedliche Raumnutzungen, angefangen bei Krankenanstalten, Sanatorien, über Wohnungen, Übernachtungsräume, Unterrichtsräume bis hin zu Büroräumen. Und der Korrekturwert führt, je größer dieser Korrekturwert ist, desto kleiner ist dann der Anforderungswert an den Schallschutz. Und da haben wir dann für Wohnräume, das war ja ein Wohnraum in dem Beispiel, eine Korrektur von 30 Dezibel. Und als letztes gibt es noch eine Korrektur für den Außenlärm infolge der Raumgeometrie, KAL. Und da lautet die Formel 10 mal Logarithmus, Klammer auf, SS, das ist die Gesamtfläche des Außenbauteils, in Quadratmetern, geteilt durch 0,8 mal die Grundfläche des Aufenthaltsraums. Wie gesagt, immer Innenmaße wählen dabei. Die Gesamtfassadenfläche ergibt sich zu, 5 plus 1,02 mal 2,58 sind 15,53 Quadratmeter und die Grundfläche sind 12,17. Und der Korrekturwert dementsprechend plus 2,03 Dezibel. Und jetzt kann ich alles zusammenkehren. Mein maßgeblicher Außenlärmpegel liegt bei 73,9 Dezibel, abzüglich der Korrektur für die Raumart, zuzüglich Prognose Unsicherheit, zuzüglich Korrekturwert für die Raumgeometrie, ergibt dann 47,93. Auf Zehntel dB gerundet, wären also 47,9 Dezibel. Das wäre der Anforderungswert, der erforderliche, das erforderliche Bauschall der Maß für die gesamte Fassade. Und damit hätte ich jetzt quasi den Wert, den ich dann erreichen muss mit der Fassade insgesamt und wie man das dann erreicht, mit welchen Bauteilen, damit werden wir uns dann noch beschäftigen. So, einmal durchatmen. Was gibt es noch in der DIN? Wir waren bei den Anforderungen stehen geblieben. Und wir hatten Luft- und Rüttschall, wir hatten Luftschallschutz bei Außenbauteilen. Und jetzt kommen wir an die Anforderungen bei besonders lauten Räumen. Besonders laute Räume sind definiert als Räume, in denen es häufig mehr als 75 dB laut ist im Innenraum. Das sind zum Beispiel Handwerksräume, Gewerbebetriebe, Kegelbahnen, Technikräume sind das vor allem bei Bürogebäuden. Also wirklich laute Räume. Die muss ich natürlich besser vor schutzbedürftigen Räumen schützen oder abtrennen. Dementsprechend sind die Werte in der Tabelle auch wesentlich höher als die Mindestanforderungen. Zum Beispiel bei Wänden, dann Wände zwischen besonders lauten und Wohnräumen sind zum Beispiel 57 dB oder 62 dB in Abhängigkeit des Innenschalldruckpegels. Auch da gibt es natürlich wieder entsprechende Fußnoten zu beachten, die wir im Projekt dann jeweils anwenden werden. Und zu guter Letzt noch der Schallschutz vor Geräuschen aus haustechnischen oder gebäudetechnischen Anlagen. Das sind zum Beispiel Ver- und Entsorgungsanlagen, also Abwasserleitungen, Transportanlagen, Aufzugsschächte oder fest eingebaute betriebstechnische Anlagen, also zum Beispiel Garagentoranlagen oder Lüftungsanlagen oder alles, was hier sonst noch so steht. Also alles, was maschinell funktioniert und durch den Nutzer nur an- oder ausgeschaltet werden kann und nicht in der Lautstärke verändert werden kann. Und die Anforderungen an den zulässigen Schalldruckpegel im schutzbedürftigen Raum, die gelten nur gegenüber fremden oder in gegenüber fremden Räumen. Das, was nicht geregelt ist, sind Nutzergeräusche, also das Aufstellen eines Zahnputzbechers auf einer Abstellplatte, im Bad nebenan. Das ist nicht geregelt. Oder das Fallenlassen des WC-Deckels ist auch nicht geregelt. Das sind Nutzergeräusche. Und die sind nicht in der 4109 geregelt. Ansonsten gelten diese maximalen Schalldruckpegel. Die sind sehr ambitioniert, vor allem für Wohnräume und Schlafräume, aber auch für Unterrichts- oder Büroräume. Das sind echt keine hohen Pegel. Und das macht vor allem, sag ich mal, da muss man sich anstrengen, vor allem bei Lüftungsanlagen, dass eben im Raum selber der Schalldruckpegel nicht über 35 Dezibel liegt. Letzten Endes ist das aber nur ein Anforderungswert. Den Nachweis werden wir dann später sehen. Also wie weist man das nach? Das ist dann gar nicht mehr Ihr Job als Baufysikerin oder Baufysiker, sondern dann Aufgabe des Fachplaners oder der Fachplanerin für technische Gebäudeausstattung. So, dann gibt es wie gesagt in den technischen Baubestimmungen nochmal einzelne Konkretisierungen, das heißt Nachweise, Messungen, die man machen muss, je nachdem welchen Anforderungswert man da hat. Auch das können Sie sich durchlesen. Das war der gesamte Absatz jetzt mit den Mindestanforderungen. Kommen wir jetzt zu einer Quelle oder zu möglichen oder üblichen Quellen mit erhöhten Anforderungen aus privatrechtlichen Vereinbarungen. Wie gesagt, die Denkweise und das war ja auch schon Gegenstand bei der Einführungsveranstaltung, als ich Ihnen da diese ganzen Beispiele vorgetragen habe. Das Privatrechtliche soll regeln, dass Sie als Erwerber oder Mieterin, Mieter einen der kompletten Wohnungen angemessenen Schallschutz erhalten. Und da gibt es eine Menge orientierende Regelwerke, Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter und wir gucken uns zwei davon an. Und zwar für den Wohnungsbau schauen wir uns an die Empfehlung 103 der Deutschen Gesellschaft für Akustik und für den Bereich der Büronutzung schauen wir uns die VDI 2569 an. Das sind die beiden maßgeblichen Dokumente. Fangen wir mit den Wohngebäuden an. Das Schöne ist, das werden wir gleich sehen, im Schallschutzausweis in dieser DGA-Empfehlung sind auch umgangssprachliche Formulierungen drin, damit Sie mit Ihren Kunden auch sprechen können und die Kunden beraten können, welchen Schallschutz die Kunden erwarten dürfen oder ob die Kunden vielleicht einen anderen Schallschutz bestellen möchten. Geregelt ist das Ganze in verschiedenen Schallschutzklassen A-Stern bis F und bezieht sich auch wieder auf diese ganzen Schutzziele. Also es geht los mit dem Außenlärm und wir im Mischgebiet werden von vornherein einsortiert in den Schallschutzklassen D und C. Warum? Naja, wenn man einen Luxusschallschutz, die Einstufung haben möchte, gegenüber Außenlärm, dann muss die Gegend einfach leise sein. Also wenn man sich in einem Mischgebiet befindet oder in einem besonderen Wohngebiet, das sind oft Innenstadtlagen, dann werde ich in dieser Kategorie erstmal in die Klassen D und C eingestuft. Für den baulichen Schallschutz finden sich jetzt hier schöne Beschreibungen und das ist wirklich wert. Das kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, sich das mal durchzulesen und auch später, wenn Sie Schallschutz machen, gut durchzulesen. Weil da werden Sie sehen, dass die Klassen A-Stern und A in Mehrfamilienhäusern nicht baubar sind, in der Regel. Nicht für alle Bauteile zumindest. Und die Gründe dafür, die werden wir später kennenlernen. Also das Beste, was Sie bauen können im Mehrfamilienhaus, als hoher Schallschutz ist die Klasse B, als erhöhter Schallschutz wäre das die Klasse C und als normaler Schallschutz die Klasse D. Und wenn wir uns das anschauen, dann werden wir sehen hier Bauschalldämmmaß, Wände, Decken 54 dB. Das heißt, das ist auch der Wert, den wir bei den Decken in der 4109 gefunden haben. Und dann ergeben sich die weiteren Stufen aus, in der Regel, in der Regel 5 dB mehr. 27, 32, 37 und dann hier nochmal 3 drauf. Was sind jetzt die Türen oder bei den Decken? 54, jetzt nur 3 obendrauf, sind 57, 62, 67, 72. Also immer 5 dB Stufen, damit Sie das auch als deutliche Verbesserung empfinden. Für die Decken analog. Für die Decken gibt es jetzt hier den Norm-Trittschallpegel L'NW. Auch da gibt es dann diese 5 dB Stufen, in der Regel, normalerweise. Dann Geräusche, Wasserinstallationen, Wasser-Abwasserinstallationen. Da haben wir dann deutlich bessere Werte, bei D zum Beispiel. Und Außenlärmanforderungen orientiert sich an der 4109. Da hat man also keine Verschärfung gegenüber der 4109 vorgenommen, was auch angemessen ist. Und im Gegensatz zu 4109 gibt es jetzt auch noch Anforderungsklassen für den eigenen Wohnbereich, was ja absolut Sinn macht. Also wenn Sie eine Komfortwohnung kaufen für 7000 Euro den Quadratmeter, dann erwarten Sie auch Schallschutz zwischen dem Flurbereich und Ihrem Schlafzimmer oder zwischen Kinderzimmer und Elternschlafzimmer. Da soll auch Schallschutz sein. Und das finden Sie eben auch in einem Diggerblatt 103. Und Sie finden, und das ist super praktisch und sehr gut in der Kommunikation mit Laien, eine Beschreibung, eine umgangssprachliche Beschreibung, welchen Schallschutz man da bekommt. Das heißt, wenn wir uns jetzt festlegen würden für das Mehrfamilienhaus, zum Beispiel für die Klasse C, dann kann ich angehobene Sprache im Allgemeinen nicht verstehen, aber hören. Oder normale Sprache ist nicht verstehbar, aber eben noch hörbar. Und so weiter. Also das ist eben ein gutes Instrument und das führt dann letzten Endes, da gibt es eine Excel-Tabelle auch im Online-Kurs von Ihnen, kann ich dann das Gebäude insgesamt bewerten von A-Stern bis C. Also ich kann Außenlärm ja in C liegen, ich kann in Luftschall in Klasse B machen und lande dann letzten Endes eben, wenn ich alles miteinander verrechne, in einer dieser sechs Schallschutzklassen. Bei Bürogebäuden gilt etwas Ähnliches oder Büroräumen gilt etwas Ähnliches. Das findet sich dann in der VDI 2569. Und die Norm oder die Richtlinie hat im Wesentlichen den Zweck, Büroräume im eigengenutzten Bereich zu definieren. Gegenüber fremden Büroräumen ist ja alles schon geregelt in der 4109. Also gegenüber fremd, das muss man hier auch sagen, Schallschutz zu fremdgenutzten Bereichen ist in der 4109 hinreichend genau und zutreffend geregelt. Und in der 2569 sind jetzt drei Schallschutzklassen definiert, A, B und C. A ist die beste, B ist die mittlere, C ist die schlechteste Schallschutzklasse. Dementsprechend ist B auch so das normale mittlere Niveau, was man so bei üblichen Büroräumen eben ansetzt. Wichtig zu sehen oder wichtig zu sehen ist hier an der Stelle, dass hier nicht Schalldämmmaße stehen, sondern Standard-Schallpegeldifferenzen. Und ich die erstmal umrechnen muss in Bauschalldämmmaße. Das ist aber auch kein großer Akt, das werden wir dann auch machen. Beziehungsweise so kann man es machen. Also hier dargestellt ist die Umrechnung der Standard-Schallpegeldifferenz zu einem Bauschalldämmmaß und das funktioniert über die Geometrie, also die Größe der Trennfläche und Volumen des Empfangsraums. Da berücksichtigt man im Prinzip auch eine gewisse Absorption. Und wenn man jetzt Rechteckräume hat, die eine gemeinsame Trennwand haben, dann kann man das abhängig machen von der Raumtiefe zu dieser Trennwand. Und wenn man da so übliche Raumgeometrien nimmt, dann wird der Raum selten schlanker sein als zwei Meter. Selten wahrscheinlich auch tiefer als sechs Meter. Das heißt, irgendwo so dazwischen liegt dann auch das Schalldämmmaß. Das heißt, irgendwo dazwischen wird sich dann das Schalldämmmaß einstellen. Beziehungsweise ich kann dann umrechnen von der Pegeldifferenz. Das wären jetzt hier in dem Beispiel 53 dB, Standardschallpegeldifferenz. Bei drei Meter Tiefe ergibt sich dann auch ein Schalldämmmaß von 53. Wenn der Raum kleiner ist, zwei Meter tief, dann brauche ich knapp 55. Wenn der Raum sechs Meter tief ist, dann würden auch knapp oder gut 50 Dezibel Schalldämmmaß reichen. Also wir sehen, das Ganze schwankt irgendwie so um plus minus zwei dB, könnte man sagen. Und dann gibt es noch, könnte man oder kann man daraus ableiten, diese Matrix. Schauen Sie sich die mal an. Das will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht vertiefen, sondern das würden wir am Projekt machen. Da spielt jetzt auch noch die Rolle, wie leise ist denn der eigene Raum? Wer redet nebenan oder welche Geräuschquelle, vor welcher Geräuschquelle möchte ich mich schützen? Das werden wir uns dann noch im Detail anschauen. Ja, das war's zum Kapitel 2, Anforderungen an den Schallschutz bei Wohn- und Bürogebäuden. Und ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Fragen können wir dann natürlich gerne im Nachgang besprechen. Bis dahin. Tschüss.